Es ist black and white Weil Bielefeld scheiße ist, weil es existiert auch nicht Der ist ja unterwegs, der war in Weidenhausen Wo ist denn Weidenhausen? Das ist zweieinhalb Stunden von uns entfernt Einfach Wo ist Weidenhausen? Da könnte man eigentlich auch einen TikTok machen So Begriffe von uns einfach Er ist einfach Crude und Harbischt Okay, wenigstens irgendwen runter Alter, der Schiri hat den Ball in die Mitte fließt Tolle Animation, oder? Erzähl mir mehr Leverkusen Als nächstes erzählst du mir, er hat ihm die Weibel gepfiffen, oder was? Die Animation ist neu Leverkusen Leverkusen Wir sind die Macht am Rhein Und jetzt Quirli Jawoll Jawoll Oh Weil ich In Estebib Siehst du, da steht Torwart in Tor, Simon Und so macht man nämlich so Ich fahr gleich zu dir und fahrt ihr mit meinem Auto Oh, da hat's den Samba Dijanee nicht gesehen Es gibt dir wirklich 10 Euro, wenn du mit deinem Auto gegen meine Haustür fahren kannst Das wird schwierig, soll ich dir so nichts essen Obwohl, er könnte den Zaun eigentlich einfahren, ne? Das ist möglich Geier oder weiß er nicht Scheiß, Digga Hier Ganz egal Hier Hier Warte, warte, warte Weiß ich nicht Alter, also wirklich Also wirklich Kann man den auswechseln Ja, links Ich steh noch Jetzt weckern wieder alle hier rum Ja, ich stand frei Ich stand auch frei Haar Erre genommen Vorhaut Genommen Leben Genommen Guter Traumpass Und jetzt in die Mitte Wiriß ich nicht Ja, der war der Platz länger gewesen Simon steht in der Mitte Das war ein Traum Und wenn er ihn jetzt Jetzt Mann! Weiß ich nicht, ob man den nicht querlegen kann! Einer frei! Na doch, Nico nicht! Digga, ich will ne Wiederholung oder was? Ja, die geb ich dir! Die geb ich dir die Wiederholung! Dann wirst du sehen, dass wir alle frei waren! Hilfe! Digga, das war so ein krasser Modus! Mein Gott, wenn der reingeht! Nein, nein! Nein! Was war das denn? Was hast du gedrückt, dass der das gemacht hat? Ich hab nichts gedrückt, dass er passt, aber... Es sah aus wie ne Hebefigur! Ist ja egal! Fürs Team! Der hat fürs Team die Rote geholt! Weiß ich jetzt nicht, was du hast! Vorbei? Ja, da ist doch die nächste! Ich hab die... Ich hab extra... Oh Mann! Ja, wie hab ich den denn noch rübergekriegt zu Sie, Mann! Hilfe! Position! Ja, der steht... Torwart! Ja! Muss man auch mit dem Fuß klären! Muss man auch mit dem Fuß klären! Ja, die wollen Manuel Manuel machen! So viele vorne! Hilfe! Ja! Und trotzdem kommt so ein Scheißpass! Vom Pro! Ja! Starker! Ja! Fast eine Frise aus der Oldschool Justin Bieber! Ich weiß immer noch nicht, was Lenzi ist, aber ja! Das war halt für den Scheiß! Schick! Schick! Ja! Das sagte sich Leverkusen heute auch, aber das hat trotzdem nicht funktioniert! Nein! Danke für mein... für das Upgrade! War ein guter Pass! Hat FIFA gemeint! Ich weiß gar nicht, wie groß Luca ist! Also selbst der ist größer als ich! Ich bin 1,83! Kann man nicht halten! Oh, Mann! Das... 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 Die sind schon hochgekrempelt seit der ersten Minute! Hatten kurz, die hatten die das T-Shirt an! Müsste trotzdem hochkrempeln! Bitte! Alter! 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 Ich bin Lenzi! Ich bin nicht im Abseits! Ich stehe immer noch nicht im Abseits! Oh mein Gott! Ja! Ich bin Lenzi! Oh mein Gott! Das ist... Nein! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Trainerwechsel! Kiesdol hol den Uth raus! Mann! Der Blinde! Nein! 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 Das war schon eine schwierige Parade! Muss man ihm auch lassen! Also... Wer... Welches Opfer drückt denn auf Tacklen in Fiefe? Weiß ich auch nicht! Rennt einfach nur noch auf den Gitten! Weil ihr ja dieses Spiel inhaliert habt! Was für inhaliert! Ich hab ein alländisches Team! Was für inhaliert! Was soll ich denn wissen, was man macht oder nicht? Ich bin so wie ich vor 10 Jahren aufgespielt habe! Es ist halt gar nicht... Es ist halt gar nicht Lenzi was... Musst du EXPLOSIVE sein, Mann! EXPLOSIVE und CONTROLLED gleichzeitig! Mit deinem Gesicht, dann hau ich doch... Das war ein einziges Spiel gegen die Blöch... Die Blöch... Die Blöch... Wenn du die Straßen umfragen vermisst, guck dir das heute Abend mal an, wie wenn du schlafen willst! Egal, ich guck keinen Straßen umfragen an! Doch, das ist lustig! Der geht mit den Straßen und meint so... Soll ich dir 10 Euro geben oder jemand anderem doppelt? Das machen wir noch ganz viele jetzt! Hä? Hörst du, wie ich lache? Nee, ich sollte aber auch nicht lustig sein! Hast du gesagt, es ist lustig? Es ist nicht lustig, aber funny! Oh nein! Ganz, ganz schlechter vorhin! Ey, komm! Ey, als ich will ich sagen! Also Luca Pess macht auch nicht besseren Content! Macht sehr guten Content! Warum haben wir eigentlich nicht... Warum haben wir dieses anderen Trikots? Warum haben die Gegner das Trikot von uns? Ey, ist glaube ich huevo oder so... Echt? Ich weiß es nicht... Ey, warum reichst du weg?! Weißt du... Warum kannst du so gut Spanisch, Alter? Was für gut Spanisch? Ich erinnere mich hinter dir so ein paar Wörter, Alter! Als ob du doch weißt, was Ei auf Spanisch heißt, wirst du mich verarschen? Ich weiß es nicht... Alter... Wie habt ihr euch in Civ... Wo wart ihr? Wart ihr nicht in Civilla? Ja, hauptsächlich dadurch... Ja, hauptsächlich dadurch, dass Simon einfach noch irgendwelche Wörter auf Spanisch konnte und ich mir dachte, Alter, woher weiß er das? Der ist einfach... Das Wichtigste war Ona Cerveza... Ona... Ona... Ona Cerveza... Ich hab Ula gesagt, du... Williges Bier... Weiß ich jetzt nicht, ob es Civilla das noch schafft, aber... Villa? Doch, doch, doch... Ja... Ich hab's nicht... 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 Der hat... Der hat... Das... So richtig... Stille einfach... Geworn... Der hat den Schuss einfach später angenommen... Aber kurz... Kurze Frage mal... Wie kacke sind die Torhüter? Nee... Aber Kopf hoch! Ja! Ich bin Lenzi! Und jetzt schieß! Ich bin Lenzi! Ich hab's nicht letztes Jahr genießen, aber... Ich hab's nicht... Ja... Richtig... Ich hab's nicht... Digga... Ich werd mir so... Letztes Jahr war das OP mit CPUs zu spielen... Naja... Latt ist unser Freund... Latt ist unser Freund... Auge... 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 Ist das schön... Ich bin ganz frei... Das ist ein Schiff, danke... Auge... Ja... Ja... Ein bisschen Glück... Aber du zählst nicht als Vorlagen... Überbande... Right... ... Ich kann's zaubern... Hä? Wo ist das Problem? Oh mein Gott... Weiß ich jetzt nicht... Wie close ist das denn da oben alles... Wir hatten... 4,2 irgendwas... Und... Leverkusen 0,2... Kann man nicht halten... Kann man nicht halten... Kann man nicht festhalten... Ja... Kann man aber trotzdem festhalten... Weil ich sich jetzt in den EU-Tür... Ja... Bei mir war der eine Spieler einfach gar Prüfsticht... Warum krieg ich einen Minus... Was hätt ich denn machen sollen bei dem Tor... Hätt ich mich irgendwie in die Verteidigung backen sollen... Oder was... Du dich... Kann man nichts sagen... Kein Zweifel... Kein Zweifel... Kann der mal bitte abpfeifen... Danke... Das ist so eine... Eine Welt-Serie... Eine 7... Torjäger... Meiste Flanken... Und Luft-Duell-Champion... Ähm... Ich weiß gar nicht... Ich glaub Justin Kuhn... Ja Justin Kuhn... Shane und Aldo... Wir haben das gemacht... Zu viert... Das... 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 War so... Im Prinzip ja was witzig... Aber es war auf der anderen Seite auch ein bisschen... Das macht halt irgendwann... Ist halt langweilig... Das ist das Problem... Weiß nicht, Lensi... Richtig... Ja... Die sitzen jetzt in der Volksbank... Oder in der Commerzbank... Und zocken... Im Deutsche Bankpark... Allein Koks reingezogen... Jetzt geht's los... Kaiserslautern-Trikots... Weiß ich jetzt nicht... Und das... Oh... Man... Jetzt hat er einen neuen Spruch Jungs... Und Tor... Nee... Kann man nicht halten... Heute ist er noch noch erst... Der FC Kaiserslautern... Dwayne Johnson... Dwayne Rock Johnson... Spielt beim FCK... War schon immer ein FCK-Fan... Hat damals in Hawaii... Im FCK-Schlafanzug geschlafen... Dwayne Rock Johnson... Nee... Da fehlt ja das... Der hat nicht D-Rock drin... Das war zu lang wahrscheinlich... Dwayne Rock... Dwayne Rock Johnson... Alter... Gut, dass wir schon aufgestiegen sind... GUT, dass wir schon aufgestiegen sind... Ja, der Pfosten... Danke nochmal an dich... Zwei Mal... Was sind das denn... Die kommen dann immer so... Ja, wir haben was Neues gemacht... Was denn... Ja, irgendwas... Ja, kann man schalten... Oh, Mann... Was ist das denn... Für ein Jubel, Alter... Dwayne Rock Johnson... Ja... Dwayne Rock Johnson... Schade... Hier mache ich uns links oben rechts... Also ich kann... Ich könnte ihn nicht... Wenn ich den jetzt... Wenn ich den jetzt... Der jetzt... Kann ich mir aussuchen... Der Valenci... Der Valenci... Hättest du gepasst... Jetzt wird Simon... Irgendwer sagt... Das ist immer irgendein Lied... Was... Ja... Das ist... Oh mein Gott... Du Holzkopf... Du Holzkopf... Du Holzkopf... Was... Schlieh doch rüber... Du Holzkopf... Hab ich... Oh, ich bin so gut... In Luftzeugkämpfen... Ja... Da kam der Ball... Du Holzkopf... Schlieh doch rüber... Du Holzkopf... Was ist denn... Oh mein Gott... Davies Hackel... Wir haben auch Davies Hackel... Das ist ja... Unfassbar... Wir sind halt nett... Wir geben den Armen... Das ist wie damals... 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 Wo Köln... Wo Köln abgestiegen ist... Nee, nee... Wie wird ihr gar nichts gequittet... Nein... Nein... Hallo... Jetzt läuft's besser Jungs... So schau mal gar nicht... Und jetzt... Schick... 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 Wir steigen nach... Brutto... Sozialprodukt... Und das ist es... Oh Alter... Wie es direkt läuft... Au... Digga... Julio... Kannst du die Torwart steuern? Warte... Nee... Geht nicht... Ich kann ihn nicht... Wer kann ihn steuern? Simon, kannst du ihn steuern? Hol ihn mal raus... Hol ihn mal raus... Kannst du die Torwart steuern? Jaaa... Wer hat gehalten als davor? Und jetzt? Und jetzt Gotter... Mit Söre Gotter... Weiß ich nicht... Ja... 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 Ich hab keine Ahnung... Ich hab Passen gedrückt... Flack einfach rein! Ich hab... Na gut... Du hast gesagt... Flack einfach rein! Ich hab einfach... Vier Ecken gedrückt... Du verringen! Hä? Was ist das? Den krieg ich weg! Ich bin an schlimm 60, Junge! Ich gewinn jedes Kopfhadeu! Ecken auf mich! Ja, rein! Hey! Alle Ecken auf mich! Ich köpp hier jeden raus! Ich kopp selbst Bierkästen raus! Das ist n' eiser, ey! Was man sich hier... Ey, mal her! Er ist aufregend! 25 Minuten zu spät! OI! Das ist so geil! Wo er ins Rothschreiben... OI! Man! Das musst du doch! Der Blinge! Schied sich da... Sissler reagiert... Reagiert sofort! Shit! Kleiner zu! Lann... Lann... Lann ist das... OI! OI! Hi! Hey! Das ist egal, dein Mensch! Das ist egal, dein Mensch! Mann! Ah, heil, Freundin, ruf dann! Es ist Sonntag! Ich bin nicht im Bruch! Ich bin nicht im Bruch! Oh Gott! Ah, natürlich! Fehler in der Anwendung! Ja, gut! Wir schaffen das, Joel! Kann ich den, kann ich den? Ja, ich kann es los! Du fühle so schlecht! Der Torhüter! Der war's! Und jetzt geht's los! Ah! Jetzt geht's los! Sieht da aus, so ein komisches, komisches grünes... Ja, das bin ich gerade mit R1! Loll, mach er! Schalalalalala! Guck mal, jetzt auf Simon, was ein Pass! Und jetzt brauche ich den Ball! Geschickt! Durch die Mitte! Was ein guter Ball! Nein! Da steh ich rein! Ich mach den rein! Jawohl! Pass mal auf! Und jetzt! Bauer ist los! Gepäcke! Gepäcke! Weiß jetzt nicht was Probleme! Ich... Ich steh wieder frei! Da jetzt ist alles frei! Möchtig! Okay! Warte! 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 Pass auf! Olle! 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 Jetzt! Naamatsch! Wir schießen euch da alles! Ja! Ja! Alter war ich gut gerade! Ich war so in meinem Element! Ich hab die so genutzt. Wäre ja reingegangen. Wir waren auch in der Ecke. Europäische Weltklasse. Ja! Ja! Jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt aber! Ja! Ja! Da sind wir. 75 Minuten. Aufholjagd. Aufholjagd. Hol ihn mal. Los geht's. Das war Hex. Jetzt holen wir uns den Ball. Jetzt holen wir uns den Ball. Los! Drauf da! Drauf da! Es ist erst aufgeben, wir haben es bei der Post. Auf geht's los. Guck! 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 Wir haben Meter nach vorne gewonnen. Wir haben Meter gewonnen. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Und jetzt schick ich hin. Ja! Luka! Los! Los! Mach ihn! Mach ihn! Du bist ja Bäh! Bisschen langer geworden. Warte, warte. Jetzt kommt wieder die Ecke. Ja, ja. Ich steh hier irgendwie ganz alleine. Okay. Warte. Pass mal auf jetzt mal. Bumm! Sollte Flanke werden. Sollte Flanke werden. Alles gut. Ich bin Kopfballmonster. Ich bin Kopfballmonster. Ah. War faul. War faul. Hätte mal faul sein können. War nicht nur ein faul. Ist ein faul gewesen. Ja. Ja, ich bin auf. Kannst du die Ecke auch so? Ja! Hab ich's gehalten! Jawohl! Ich stehe am ersten Pfosten. Ich stehe am ersten. Hallo! Ich war der Vortepoel. Der Tod. Super. Überragend. Guck dir das an. Jetzt! Jetzt! Schick mich! Ich war der Vortepoel. Was ist das? Egal? 1, 2. Das war ein Handspiel. Hat jeder gesehen. War zwar der Fuß. Egal. Außer der Schiri. Hat er. Jawohl. Du bist die Kente-Maschine. Maschine. Jetzt geht er hin. Jawohl. Guck dir's an. Sie sind einfach die Besten. Wir haben einfach mit der CPU noch kein Tor kassiert, aber mit Nico schon 3. Sorry, das war mein Fehler. Ja, das lag. Das lag. Wir sind auch nicht vorbei. Nein, nein, da steht 3-1. Wir sind hier voll im Element. Also wir sind hier klar besser. Wir sind da. Wir sind besser. Wir drücken. Wir drücken die gerade so rein. Die wissen gar nicht mehr, wohin nun vorne ist. Wir haben so neue Eckball-Taktiken jetzt. Ich bin so stolz. Wir haben neue Eckball-Taktiken, die machen wir nächstes Spiel machen wir nicht selbst. Hashtag crowd. Ja. Ja, super. Super. Pass. Luka ist so langsam geworden. Ah, egal, was ich noch. War ein Foul. War ein Foul. War ein Foul, war das. Ah, jetzt muss ich mir den Ball erstmal holen. Einfach die Niken. Ja, gib mir den kurz. Ach. Bitte, bitte mach den. Danke. Oh ja. Und ganz rüber. Mach's alleine. Foul. Ey. Das wäre ein Tore. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Wir haben ein Tor gemacht, ich will nicht sagen, dass wir zwei auf dem Fuß hatten, aber wir hatten zwei auf dem Fuß. 90. Minute, Luca, also wir wurden hier klar ausgekontert, mit Nico hat nur drei Gegentore, also kaum noch gut gemacht. Die Eckball-Taktik müssen wir übernehmen, die war 10 von 10. Ja, safe, die wird kommen, die wird nicht nur kommen, die ist gut. Die ist schon gebucht und geblendet. Ja, 4-1, kann man mal verlieren gegen Randy Rob Johnson. Ich sag mal, seitdem wir zu zweit drin waren, haben wir 1-1 gespielt. Ja. Ey, nein, ich hab wieder so einen Bug, ach nö. Ja, ich hab schon gedacht, huf, ich hab schon gedacht. Ja, ich auch, wir müssen aber raus, gell. Ne, wenn die anderen im Game sind, sind Nico und Simon noch drin? Ich bin bei mir, ich bin wieder drin. Ist Nico drin? Gut, dann können wir aufs nächste Spiel gehen. Ich bin bei mir, 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 ich